Chronik des Irrsinns, der Juni 2024, von Claudio Casula. Der sechste Monat des Jahres 2024 ist zu Ende gegangen, also das sechste Zwölftel eines Irrsinns. Die mit dem Klammerbeutel Gepuderten erhöhen die Schlagzahlen, der Chronist kommt kaum noch hinterher. Hören Sie, staunen Sie. Nach dem Messerattentat von Mannheim leistet der Fokus praktische Lebenshilfe. So reagieren sie als Laie nach einer Messerattacke richtig. T-Online erklärt Starkregenwarnstufen. Ein Quadratmeter, auf den pro Stunde eine bestimmte Menge Wasserfalle, sei ein Würfel, dessen Seiten alle einen Meter lang sind. Sollen wir den Ströhr-Schreiberlingen sagen, dass das ein Kubikmeter ist? Laut RBB hat der Wirtschaftsausschluss über Wege für mehr Akzeptanz von Windkraftanlagen diskutiert. Ein Vorschlag, Namen für einzelne Windräder. Wie Marwind, Radfael oder Flügelfranz. Und nicht etwa Storchenschredder oder Infraschantal. Der Polizist, auf den ein Mann in Mannheim einstach, erliegt seinen Verletzungen. Am Tatort veranstaltet das überparteiliche Bündnis eine Mahnwache. Und zwar dagegen, dass die junge Alternative fordert, Islamisten wie den Mörder einen bereits 2014 abgelehnten Asylbewerber abzuschieben. Alle Politiker sind in Gedanken bei den Angehörigen des Polizeibeamten. Außer Alice Weidel bringt es aber keiner über sich, den Namen Ruvenlar zu nennen. Soviel zum Thema Say Their Names, wenn es um Hanau oder den NSU geht. Natürlich wird das Problem des Islamismus verschwiegen und das Ziel des Anschlags, der Islamisierungskritiker Michael Stürzenberger als Islamhasser und Rechtspopulist bezeichnet, der sein Schicksal wohl irgendwie herausgefordert hat. Das Entwicklungsministerium von Svenja Schulze finanziert linke Herzensprojekte und nimmt dieses Jahr dafür 43 Millionen Euro in die Hand. Unter anderem werden sogenannte konsumkritische Stadtspaziergänge von Vereinen gefördert. Anhänger der Eine-Welt-Gruppe werben so dafür. Bei den Stadtrundgängen geht es um Globalisierung, nachhaltigen Konsum, Postwachstum und Kapitalismuskritik. Und dafür brauchen sie die von Kapitalisten erwirtschaftete Kohle. Berlin muss dieses Jahr noch 550 Millionen Euro sparen. Die Streichliste umfasst Fahrzeuge für Polizei und Feuerwehr, Sportstätten und die Opferhilfe, nicht aber queer-lesbische Wohnprojekte oder gendergerechte Scheißhäuser. Prioritäten. So wichtig. Kerstin Herrenkind schreibt im Stern zu Mannheim, zum Glück passiere es selten, dass Polizisten im Dienst ums Leben kommen. Bauarbeiter leben gefährlicher. Der bekannteste Denunziant der Republik, Anzeigenhauptmeister Niklas Matthei, hat als 17-Jähriger in Chatgruppen gegen Impfgegner gehetzt und ihnen den Tod gewünscht. Nennt man Volksverhetzung. Deswegen haben sie Niklas in Dessau zu 100 Arbeitsstunden und 1500 Euro Geldstrafe verdonnert. Tja, Karma is a bitch. In Mannheim geht's weiter. Ein AfD-Politiker wird niedergestochen. Auf der Trauerfeier für den getöteten Polizisten Ruven L. spricht und jault auch der Imam der Yavud-Sultan-Selim-Moschee von Erdogans DITIB, Mustafa Aydinli. Finde nur ich das geschmacklos? Der RBB hat nützliche Tipps für Fluchtechniken, wenn man angegriffen wird. Laut schreien zum Beispiel oder simulieren, dass man sich in die Richtung des Täters oder der Täterin übergeben muss. Highlight? Die Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, wird vom Akademischen Senat nicht abgesetzt, sondern darf selbst entscheiden, ob ihre Likes für antisemitische Postings ein Rücktrittsgrund sind. Und jetzt raten Sie mal. Genau. Die Hisbollah intensiviert den Beschuss Nordisraels, den sie seit dem 8. Oktober täglich praktiziert. 80.000 Israelis sind seit Monaten evakuiert. Wälder brennen. Jetzt muss die Armee etwas tun. Und die Tagesschau fragt? Will Israel einen Krieg gegen die Hisbollah? Der Ex-Polizist und YouTuber Tim Kellner wird zu 11.000 Euro Geldstrafe verknackt, weil er Politikerinnen wie Nancy Faeser, aufgedunsene Dampfnudel und Annalena Baerbock beleidigt hat. Die Sommerangst geht um. Jedenfalls laut Taz. Es sei heute im Schnitt fast 1,5 Grad wärmer als noch vor 50 Jahren. Menschen sterben an Hitze. In einem der kältesten Länder der Welt. Und viele Millionen reisen in die wärmeren Länder. Diese Lebensmythen. Im Berliner Abgeordnetenhaus hält Iris Spranger, SPD, eine Rede. Der schreckliche Tod von Mannheim. Zwischenruf der Grünen Tuba Otzkurt. Mannheim ist tot? Gelächter ihrer Fraktionskollegen. Nun ja, grüner Anstand. So ein Polizistenmord macht sie ja auch nicht wirklich betroffen. Bei X bittet Tuba um Entschuldigung. Sie bereue das, was sie in den Saal posaunt hat, zutiefst. Klar. Der CEO der deutschen Börse, Theodor Weimar, erzählt, er habe sein 18. Treffen mit Robert Habeck hinter sich. Und es sei eine schiere Katastrophe gewesen. Seine Abrechnung mit der Wirtschaftspolitik der Ampel ist gnadenlos. Und was machen die regierungsnahen Medien? Berichten, dass Weimars Rede in rechten Kreisen gefeiert werde. Buh. Im Gazastreifen haben israelische Kommandos vier Geiseln aus Privatwohnungen befreit. Die deutsche Presse interessiert sich aber viel mehr für die Palästinenser, die dabei getötet werden. Mit einer neuen Kampagne, Fake Train, will Nancy Faeser gegen Kritik, Desinformation im Netz vorgehen. Für das Streaming-Format soll das Internet nach Falschmeldungen durchsucht werden. Und zwar von ausgewiesenen Experten wie dem verurteilten Goldräuber und Gangster-Rapper Xata, bürgerlich Givare Hayabi, und dem blauhaarigen Yannick Frikkenschmidt, alias Rezo. Ultra seriös. Bei den EU-Wahlen wird die Ampel richtig abgewatscht. Die Grünen schmieren auf 11,9 Prozent ab, die AfD wird zweitstärkste Partei. Von einer Spiegel-Reporterin gefragt, ob er den Wahlausgang kommentieren wolle, sagt Scholz grinsend nö. In der Gesprächsrunde bezeichnet SPD-Klingbeil die AfD im Beisein von Alice Weidel als Nazis. Bettina Böttinger überlegt, was sie macht, wenn die Faschisten die Stärksten werden, flüchten oder standhalten. Wohliges Behagen beim Betrachten des grünen Meltdowns. Ex-Ethikratschefin Alena Büx stellt Strafantrag gegen Professor Stefan Homburg. Der hatte nämlich geschrieben, Büx faselt. Recht dünnhäutig, die Dame. Aber wenn die Strafverfolgungsbehörden noch nicht ausgelastet sind, kann man das ja mal weiterverfolgen. Acht Klimafanatiker, die gefordert hatten, dass Kanzler Scholz in einer Regierungserklärung die Wahrheit über die Klimakrise aussprechen sollte, brechen ihren Hungerstreik ab. Das Thema ist aber noch nicht gegessen. Alles Meldungen von einem Tag In Frankfurt schlägt der Deutsch-Türke Yilmaz D. einfach mal so eine Transfrau nieder. Ebenfalls dort schleicht sich ein junger Afghane von hinten an eine Ukrainerin an, die auf einer Parkbank sitzt, und sticht ihr einfach mal so mit einem Messer in den Hals. In einem Tübinger Jobcenter bedroht ein Eritreer eine Mitarbeiterin einfach mal mit dem Messer. In der Regionalbahn 71 sticht ein Mann am Saarbrücker Hauptbahnhof einfach mal so auf einen jungen Mann ein. Im Deutschlandfunk erklärt eine Expertin den rasanten Anstieg der Messerattacken mit der leichten Verfügbarkeit der Waffe im Lande. Mit Einmännern hat das alles nichts zu tun. Im Gegenteil. Bei Maischberger erzählt Altbundespräsident Christian Wulff, 2040 werde man die Grenzöffnung von 2015 feiern. Er schwärmt von der Integration der Migranten aus Syrien und Afghanistan, auf die wir stolz sein werden, deren Kinder an Universitäten sein werden. Und wir werden dann Olympiasieger, Forscher, Entwickler und so weiter haben. Klar, wenn 400 Meter Amoklauf mit gezücktem Messer und Gleisstoßen olympisch werden. Und rosa Einhörner werden unterm Regenbogen galoppieren. Einen Tag nach dem grünen Desaster bei der EU-Wahl bekommt Riccarda Lang vom Kanzleramtsminister, den vom Magazin Politik und Kommunikation mit der Quadriga-Hochschule Berlin vergebenen Politik-Award Aufsteigerin des Jahres überreicht. Timing ist alles. Schauspieler Ajay P. hat viermal versucht, seine Ex-Freundin umzubringen, ist aber nur wegen Körperverletzung und Bedrohung angeklagt worden. Bewährungsstrafe und 5000 Euro Täter-Opfer-Ausgleich. Wenn er beim fünften Mal erfolgreich ist, muss er in den Bau. Eine Flinter-Sternchen-Frauengruppe veranstaltet eine buddhistisch inspirierte Auszeit, Retreat mit Gehmeditation, im ehemaligen KZ Ravensbrück. Was noch schlimmer ist als die Tagesschau? Die Tagesschau in einfacher Sprache. Weil angeblich 17 Millionen Menschen in Deutschland nicht in der Lage sind, den Nachrichten zu folgen, wird das neue Format werktags ab 19 Uhr auf Tagesschau 24 ausgestrahlt und ist auch im Internet zu finden. Moderatoren? Indien. Es ist viel zu heiß. In dem Land Indien ist es im Frühling immer heiß. Aber jetzt gerade ist es richtig schlimm heiß. Die Tagesschau ist ja immer blöd. Aber jetzt ist sie richtig schlimm blöd. Der Sternpreis in der Kategorie Geschichte des Jahres geht heuer an die SZ. Die journalistische Glanztat ist ausgerechnet die nach hinten losgegangene Aiwanger Verdachtsberichterstattung. Auch mit halbgaren Geschichten zeichnen sich die Brüder inzwischen gegenseitig aus. In Berlin will der Senat ein neues Schulgesetz auf den Weg bringen. Die Grünen-Fraktion ist dagegen, möchte Hausaufgaben und Sitzenbleiben abschaffen. Für viele Grüne waren ja die schlimmsten drei Jahre in ihrer Schulzeit die in der ersten Klasse. Sigma-Sigipop-Gabriel fordert eine härtere Gangart gegenüber Putin. Wir müssten Russland noch einmal so niederringen wie im… Nein, im Kalten Krieg. Vor dem Anpfiff des EM-Gruppenspiels Schland vs. Schottland ertönt die deutsche Nationalhymne. ZDF-Kommentator Oliver Schmidt dazu? Einigkeit und Recht und Freiheit und vor allem Vielfalt. Ganz bestimmt. Vielfalt, Vielfalt über alles. In Dresden versammeln sich am Wochenende hunderte Muslime am Elbufer, um anlässlich des Opferfests gemeinsam zu beten. Allahu Akbar inklusive. Sie besetzen zunehmend den öffentlichen Raum, aber wer da von Islamisierung spricht, ist natürlich ein islamophober Rassist. Nicht nur junge Einmänner belästigen Frauen. Im ICE von Frankfurt nach Hamburg hat der Fummel-Afghane schon 77 Jahre auf dem Buckel. Die Stadt Essen wollte verhindern, dass die AfD ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht auf das Abhalten eines Bundesparteitags in Anspruch nimmt, hat dafür sogar einen Antifa-Soziologen mit einem Gutachten beauftragt. Der kann das Landgericht Essen allerdings nicht überzeugen. Jetzt bleiben nur Demos und Angriffe. An diesem Grundgesetz muss man doch irgendwas machen können. Zum islamischen Opferfest bietet Katrin Göring-Eckardt wieder mal Dimitum vom Feinsten. Teilen sei da wichtig und Anteil geben und gönnen können seien auch Tugenden für jede Demokratie. Und warum gibt es dann keinen demokratischen muslimischen Staat? Ach, egal. Danke, liebe Muslim-Sternchen-Ische-Freund-Sternchen-Innen, dass ihr uns daran erinnert. Möge Gott eure guten Taten annehmen. Eid Mubarak. In Grevesmühlen sollen Jugendliche einem achtjährigen afrikanischen Mädchen ins Gesicht getreten haben. Bundesweite Empörung. Politik und Medien vorneweg. Nancy Faeser schreibt, Kinder rassistisch zu beschimpfen und brutal zu attackieren, zeugt von dumpfem Hass und unfassbarer Unmenschlichkeit. Baerbock. Rassismus ist menschenverachtend. Schwesig. Rassismus und Gewalt sind widerlich. Göring-Eckardt. Jeder Zeuge einer rassistischen Tat, der schweigt, jeder, der weghört, wenn Hetzparolen gebrüllt werden, macht sich mitschuldig. Dumm nur, dass es sich gar nicht so zugetragen hat. Schon gar niemandem wurde ins Gesicht getreten. Als wenig später in Gera ein 14-jähriger deutscher Junge von 20 Jugendlichen aus Syrien und Afghanistan gedemütigt, gewürgt und geschlagen wird, die Täter filmen das auch noch, hört man von den über Grevesmühlen empörten Damen nichts. Rein gar nichts. Holland-Fanmarsch in Hamburg Polizei schießt Axtangreifer nieder Polizei schießt auf Messerangreifer in Hannover Tunesier-Duo wütet in Hamburger S-Bahn Messerangreifer drücken Mann zu Boden und stechen auf seinen Kopf ein Nahe Magdeburg, Afghane, greift EM-Party an, zwei Tote Könnte es sein, dass die innere Sicherheit hier erodiert? Die Corona-Justiz bleibt weiter unerbittlich. Eine Hausärztin aus Sachsen soll während der Corona-Pandemie, die Richter Scheuring mit der Cholera des 19. Jahrhunderts gleichsetzt, mehr als 1000 falsche Atteste ausgestellt und 47.000 Euro dafür kassiert haben. Macht dann zwei Jahre und acht Monate Knast. Derselbe Richter hat übrigens mal einen Dreifachvergewaltiger mit einer Bewährungsstrafe davonkommen lassen. Weil die AfD zu einem Bürgerdialog in der Birneckenhalle eingeladen hat, wird die Lokationenlehre Landkreis Helmstedt vom Gemeinderat kurzerhand in Regenbogenhalle umbenannt. Mann, denen haben sie es aber gegeben. Rechte Straftat am Ulmer Hauptbahnhof. Der Täter schlägt eine 68-jährige Frau. Als die Polizei kommt, zeigt er den deutschen Gruß. Ist übrigens ein Marokkaner, aber das nur nebenbei. Eine 20-Jährige hat einen der Gruppenvergewaltiger aus dem Hamburger Stadtpark als ehrenloses Vergewaltigerschwein und ekelhafte Missgeburt bezeichnet. Dafür muss sie zwei Tage in den Bau. Anders als acht der neun Vergewaltiger, die auf Bewährung auf freiem Fuß sind. Laut Hamburger Abendblatt ermitteln die Behörden in 140 Fällen wegen Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil der Stadtparkvergewaltiger. Die bislang interessanteste Opfergruppe, muss man sagen. Schon wieder Katrin Göring-Eckardt. Nach dem 2-0-EM-Sieg gegen Ungarn postet sie bei X. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Tja, heutzutage sind eben die Linken von der Hautfarbe besessen. Nur Rassisten sind immer die anderen. Kurz darauf wird bekannt, dass Katrin Göring-Eckardt im Innenausschuss des Bundestages, als es um den Polizistenmord von Mannheim ging und ein AfD-Abgeordneter monierte, dass immer nur gegen rechts gekämpft werde statt gegen den Islamismus, Mimimi gerufen hat. Die Frau war doch schon mal als Nachfolgerin des Bundespräsidenten im Gespräch, oder? Ein zweifacher Mörder darf in Berlin seinen ersten unbegleiteten Ausgang aus der Haftanstalt Tegel unternehmen und kehrt überraschend nicht zurück. Der ist weg. Geflüchtet. Ja, gibt's denn sowas? Potsdams SPD-Oberbürgermeister Schubert steht unter Korruptionsverdacht und soll abgewählt werden. Aber Stadtverordnete der FDP, der Grünen und der SPD machen einen Rückzieher, denn auch die Vertreter der AfD haben das Begehren unterzeichnet. Deren Beteiligung ist eine nicht hinnehmbare Belastung. Jetzt darf der Genosse doch erstmal weiter im Amt bleiben. In der Tagesschau in einfacher Sprache wird der Finanzminister Minister für Geld genannt. Was kommt als nächstes? Feser, Lauterbach und Özdemir als Minister für Tatütata, für Aua und für Hapa-Hapa? Im ZDF? Bahnhof Bukarest heute. 39 Grad. So heiß, dass sogar die Schienen weich werden. Die Züge fahren nur noch sehr langsam auf ihnen. Ganz so weich wie die Birnen der Haltungsgenos sind die Schienen zum Glück nicht. Offiziell zählte Fesers Innenministerium laut polizeilicher Kriminalstatistik PKS im vergangenen Jahr 13.844 Messerangriffe. Aber wenn man die Zahlen der Landeskriminalämter zusammenrechnet, kommt man auf 26.100. Fast doppelt so viele. 72 pro Tag. Aber hey, auf Sylt wurde Ausländer rausgegrölt. Es gibt keine Migrationskrise. Auch wenn sie die Bürger auf mehreren Ebenen beunruhigt. Jedenfalls wird Kanzler Scholz im ARD-Sommerinterview von Staatsfunker Markus Preiß in 30 Minuten nicht ein einziges Mal darauf angesprochen. Der ermittelnden Staatsanwältin hat man die Mitarbeiter abgezogen, bis sie entnervt aufgab. Scholzens schlechtes Gewissen hatte auch keine Folgen. Und jetzt stellt das Bonner Landgericht das Strafverfahren gegen den ehemaligen Co-Chef der Hamburger Warburg-Bank, Christian Oliarius, ein. Hoher Blutdruck. Das Herz. Gewese um von NGOs gezählte fünf muslimfeindliche Vorfälle am Tag. Aufgeschlüsselt nach verbalen Angriffen, verletzendem Verhalten und Diskriminierung. Das soll bei 84 Millionen Einwohnern auf Teufel komm raus ein gesellschaftliches Problem sein. Für Christina Kampmann, NRW, MDL, SPD, besorgniserregend. Derweil erschlägt in Bad Euenhausen eine zehnköpfige Gruppe von Südländern den 20-jährigen Philippos. Einfach mal so. Mutmaßliche Haupttäter, Syrer, 18, polizeibekannt. Schweigen im Blätterwald. Und von den politisch Verantwortlichen. Die Staatsanwaltschaften in Cottbus und Berlin ermitteln gegen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes. Mitarbeiter in deutschen Botschaften und Konsulaten sollen aus Berlin dienstlich angewiesen worden sein, Antragstellern, in erster Linie Syrer, Afghanen und Türken, aber auch Afrikaner, mit unvollständigen oder offensichtlich gefälschten Papieren die Einreise nach Deutschland zu genehmigen, wo ein Großteil Asyl beantragte. Der Staat als Schleuser? Das ist ein Tollhaus hier. Anlässlich des AfD-Bundesparteitags hat die Ruhrbahn den Namen der Haltestelle an der Essener Krugerhalle geändert. Sie trägt jetzt den originellen Namen Vielfalt. Wir sind bunt unterwegs und stehen für Vielfalt und Respekt. Arrgh! Wie mir dieses eigentlich unschuldige Wort mittlerweile zum Halse heraushängt. Nancy Faeser bequemt sich jetzt doch mal, sich zu Bad Euenhausen zu äußern. Allerdings ignoriert sie das Opfer und führt den Mord auf die nicht gelungene soziale Integration des Täters zurück. Behauptet, der Junge kenne nichts außer Flüchtlingsunterkünften, stimmt auch nicht. Was wohl erklären soll, warum der notorisch kriminell aufgefallene Syrer, den armen Philippos, brutal totgeschlagen hat? Wer mit Robert Habeck im Flieger reist, bekommt vegetarisches Essen oder veganen Fraß serviert. Etwa Klopse aus Sojaschnetzel und zum Frühstück Aufschnitt aus Sojawurst und Käse. Im Jahr 2022 nahm Annalena Baerbock Dienste ihrer Visagistin und von Fotografen für insgesamt 315.764,66 Euro in Anspruch. Davon allein 136.500 Euro für die Maskenbildnerin, damit sie im grellen Scheinwerferlicht der TV-Studios nicht wie ein Totengräber aussehe. Andererseits, solch ein Look würde doch ihrem Wirken im Amt entsprechen und wäre insofern ehrlicher. Auch hinsichtlich des Armengrabes, was sie für die deutsche Sprache ausgehoben hat. NRW-Ministerpräsident Diederich, nein Hendrik Wüst, unterstützt die Proteste gegen den AfD-Parteitag in Essen. Herz statt Hetze und so weiter. Als zehntausende linke Demonstranten mit der äußerst aggressiven Antifa-Meute vorneweg Politiker der Partei jagen, blockieren oder am Zutritt zur Krugerhalle hindern. Im Namen der Vielfalt, der Toleranz und der Demokratie. In einer Chemnitzer Gartenanlage bedrängen sieben junge Syrer eine junge Frau, schlagen sie und belästigen sie sexuell. Wir haben uns wohl zu wenig um ihre soziale Integration bemüht. Vergeben Sie uns, Frau Faeser. Nur noch dieses eine Mal. Es wird auch nicht wieder vorkommen. Wir geloben Besserung. Vergeben Sie uns, Frau Faeser.